Hallo liebe Zuschauer. Herzlich willkommen beim Literaturcocktail auf Tide TV. Heute spreche ich wieder mit einem Gast über sein, beziehungsweise in diesem Fall ihr Lieblingswerk. Im heutigen Gespräch widmen wir uns zum ersten Mal der Lyrik, und zwar den Gedichten von Mascha Kaliko, einer der wichtigsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts, 1912 in Polen geboren. Sie floh mit ihren jüdischen Eltern nach Deutschland, um Progromen zu entgehen. Eine böse Ironie in ihrer Lebensgeschichte. In Berlin besuchte sie gegen den Willen ihres Vaters neben ihrer Lehre Kurse in Philosophie und Psychologie an der Universität. 1929 wurden ihre ersten Gedichte veröffentlicht. Berlins Avantgarde nahm sie auf. Sie kannte Ringelnatz, Kästner und Else Lasker-Schüler, eine bekannte Lyrikerin des Expressionismus. Im Gegensatz zu deren Stil fingen Kaliko heiter und lakonisch Leben und Atmosphäre des Berlin der 20er Jahre ein. Und sie kam in Berlin sehr gut an. Man schätzte sie als weibliche Stimme der neuen Sachlichkeit, als Repräsentantin der modernen Frau. Ihre Texte wurden von bekannten Komponisten vertont und populäre Disösen interpretierten sie im Kabarett und im Rundfunk. Doch 1933, auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, wurde es schwierig für sie. 1938 musste sie mit ihrer Familie emigrieren. Sie lebte bis zum Kriegsende in New York, zog Ende der 50er Jahre nach Jerusalem und starb 1975 auf der Rückreise nach Deutschland in Zürich. Richtig heimisch ist sie nach ihren Jugendjahren nirgendwo geworden, wie das folgende Gedicht beschreibt. Ich gehe wieder auf Reisen mit meiner leisen Gefährtin der Einsamkeit. Wir bleiben zu zweien einsam und haben nichts weiter gemeinsam als diese Gemeinsamkeit. Die Fremde ist Tröstung und Trauer und Täuschung wie alles. Von Dauer scheint Traum nur und Einsamkeit. Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, heute einmal wieder Viola Livera als Gast im Studio von Tide TV begrüßen zu können. Schauspielerin, Autorin, Theaterleiterin, aufgewachsen in Berlin, wie Marcia Kalecko. Und um sie vorzustellen, muss ich richtig Luft holen, denn mein Gast ist unglaublich vielseitig. Sie steht seit vielen Jahren auf der Bühne. Sie leitet die Theatergruppe Die Delikaten, schreibt, inszeniert und choreografiert Stücke, Tänze und Programme für die Bühne und für die Straße. Sie steht in Film und Fernsehen vor der Kamera, singt Couplets und Chansons. Sie spricht Synchron und Hörspiele, schreibt Gedichte und hat bei alledem die Zeit gefunden, heute einmal wieder mit mir über eine Schriftstellerin zu sprechen. Herzlich willkommen beim Literaturcocktail, Viola Livera. Ja, danke schön. Wunderbar bei dir zu sein und einen Luxus zu haben, dass wir beide Zeit gefunden haben. Ja, toll, dass du da bist. Viola, du lebst ja seit vielen Jahren schon in Hamburg, nicht mehr in deiner Heimatstadt Berlin. Wie hast du das Fremde in einer neuen Stadt empfunden? War das so ähnlich wie in diesem Gedicht? Naja, Mascha Kaliko ist ja sozusagen unfreiwillig, hat sie ihre Heimat verlassen. Das ist der große Unterschied. Ich bin ja freiwillig nach Hamburg gekommen. Wenn man so in ein fremdes Land kommt, in eine fremde Stadt kommt, dann ist man geneigt, erst einmal zu vergleichen. Was gibt es Neues, was gibt es hier nicht und so weiter. Und wenn man damit aufgehört hat, auch sozusagen mit seinen eigenen Vorurteilen, sage ich immer, die soll man schön zu Hause lassen und nicht mit dem Koffer mitnehmen, dann kann man sich eigentlich wirklich öffnen für die Geschenke, die eine neue Stadt für einen bereithält. Und dann erlebt man auch diese neue Stadt als Abenteuer, die egal wie, aber an jeder Ecke irgendwie nach dir winkt. Und so empfinde ich Hamburg heute immer noch. Ah ja, es gibt also immer noch Neues zu entdecken? Ja. Es gibt ein Gedicht, glaube ich, das wäre schön, wenn du uns das liest, von Mascha Kaliko, das in diesen Zusammenhang passt, in das Reisen und das Unbehaustsein. Genau, das ist einer meiner Lieblingsgedichte, Einmal sollte man, das könnte ich eigentlich mindestens so, wenigstens einmal in der Woche einmal lesen. Für mich selbst. Einmal sollte man, einmal sollte man seine sieben Sachen fortrollen aus diesen glatten Gleisen. Man müsste sich aus dem Staube machen und früher morgen unbekannt verreisen. Man sollte sich nicht mehr pünktlich wie bisher um 8.10 Uhr am Baum den Omnibus besteigen. Man müsste sich zu Baum und Gräser neigen, als ob das immer so gewesen wäre. Man sollte nie mehr mit Konferenzen, Prozenten oder Aktenstaub sich befassen. Man müsste Konfession und Stand verlassen und eines schönen Tags das Leben einfach schwänzen. Es gibt beinahe überall Natur. Man darf sich nur nicht zu sehr um sie bemühen und so viel Wiesen, die trotz Sonntagstour auch werktags unbekümmert weiterblühen. Man trabt so traurig mit in diesem Trott. Die anderen aber finden, man müsste. Es ist fast so, als stünde man beim lieben Gott allein auf der schwarzen Liste. Man zog einst ein lebenslos zweiter Wahl. Die Weckeruhr rasselt, der Plan wird verschoben, behutsam verpackt man sein kleines Ideal. Aber einmal, einmal da sollte man. Dem Leben entfliehen, dem Alltag entfliehen eigentlich, nicht wahr? Ja, man muss es ja nicht unbedingt machen, aber allein, das sage ich jetzt mal so, allein das schon auszusprechen, allein diese Fantasie zu haben und den Gedanken einfach alles beiseite zu haben, macht das Herz schon mal frei für eine Zeit, für einen tiefen Atemzug. Das ist ja das, wonach man sich sehnt, wenn man das in Verbindung mit Natur bringt. Und wie die Mascha Kaliko, sie sagte, ja, und die Natur gibt es überall, auch nebenan ist sie ja auch so etwas, würde ich sie mit einer Blume vergleichen, dann wäre sie so etwas wie ein Löwenzahn in der Großstadt oder wie ein Gänseblümchen auf einer Wiese, die der Bauer absägt und morgen wächst es wieder oder wie auch immer. So etwas, also so ein bisschen mit Kraft und hier bin ich. Ja, also dieser Gegensatz zwischen Großstadt, Pflichten, dem üblichen Trott und der Freiheit, das gibt es doch eigentlich, das ist das, woran man sich wiedererkennt in dem Gedicht, nicht wahr? Genau, und das mit der Worten der Poesie, die ich, wie ich meine, immer Nahrung für unsere Seele ist. Na, das ist sehr schön ausgedrückt. Die Kunst, die Literatur und auch die sonstige bildende Kunst und so weiter, das war ja eine ganz tolle Szene in Berlin der 20er Jahre, da schwärmt man ja heute noch davon. Nun ist die junge Frau, die junge Mascha Kaliko da einfach so hineingekommen. Was meinst du, wie ist das gekommen, dass sie sich da so schnell und so deutlich durchgesetzt hat? Na ja, ich stelle mir das so bildlich vor in meiner eigenen Fantasie. Wenn ich mir einen Film darüber machen würde, würde ich sehen, wie sie dreimal um das Haus rumschleicht, geht sie rein, geht sie nicht rein und irgendwann den großen Entschluss, jetzt gehe ich rein. Jetzt bin ich hier und ich setze mich gleich an dem erstbesten Stammtisch. Bums, saß sie tatsächlich an dem Stammtisch der Literaturbegabten zu der Zeit. Dieses romanische Café war ja so verschiedene Stammtische, heute würde man Stammtische sagen, damals nannte sich das auch und jeder Stammtisch war den Stammtisch der Schachspieler, Stammtisch der Philosophen, Stammtisch der Dichter und Stammtisch der Leute, die, naja, noch nicht, aber wir sind unterwegs und wir tun unser Bestes, sind aber schon mal dabei. An dem saß sie natürlich zuerst. Und ja, und das war eine brodelnde Zeit, die so viel angelockt hat. Man hat über Nacht ganze Revühen zusammengestellt und am nächsten Tag musste das auf der Bühne stehen und es musste schnell sein, es musste etwas sein, Es war so die Sehnsucht nach etwas, was wirklich mit dem Leben in der Stadt zu tun hat und das ist das, was sie besonders inspiriert hat. Diese Einfachheit, dieses Ungeschminkte, auch dieses Graue, aber zwischen all diesem Grauen gibt es so diesen Tropfen Blut. Man muss nur ein bisschen die Augen haben, die Tropfen Bliebe oder dieses Tropfen Blut. Und insofern, es gibt so einen schönen Song über den romanischen Kaffee, zwei Tropfen Blut und ein bisschen mehr Poesie. Sie hat wirklich das Leben beschrieben, authentisch, so wie sie es erlebt hat da. Genau, das war so das, was man an ihr so geliebt hat, an ihren Texten. Sie kommt da sehr dem Kästner ist sie da sehr nah und auch sehr dem Tucholsky und die haben bestimmt so einige Nächte miteinander verbracht und nicht nur Kaffee getrunken, vielleicht auch noch anderes. Sie hat sich auch einiges, hat sie sich das abgeguckt, könnte man das sagen, oder sich inspirieren lassen von diesen großen arrivierten Meistern? Ja, abgucken, ich würde sagen, inspirieren. Man wirft sich so die Bälle hin und her, ah ja gut, ah das ist schön, ja und man wirft sich die Bälle hinterher und das ist ja was Kunst macht. Genau, ich würde es inspirieren nennen. Kannst du uns, ja das ist jetzt ihre Junge, ihre Aufbruchzeit sozusagen, kannst du uns nochmal etwas vorlesen, was, sag mal, ein bisschen ruhiger oder reflektierender ist? Ja, das ist dann schon die ältere Mascha Kalleko, die sozusagen ein bisschen die Weisheit gewonnen hat aus dem, noch ein, aus dem gelebten Leben und noch einmal zurückblickend, die Zeit steht still. Die Zeit steht still, die Zeit steht still. Wie sind es, die vergehen? Und doch, wenn wir im Zug vorüber wehen, scheint Haus und Feld und Herden, die da grasen, wie ein Phantom an uns vorbeizurasen. Da winkt uns weh und schwindet wie im Traum, mit Haus und Feld, Laternenpfahl und Baum. So weht wohl auch die Landschaft unseres Lebens an uns vorbei zu einem anderen Stern und ist im Nahe kommen uns schon wieder fern. Sie anzuhalten suchen wir vergebens und wissen wohl, dies alles ist nur Trog. Die Landschaft bleibt, in dessen unser Zug zurückliegt die ihm zugemessenen Meilen. Die Zeit steht still. Wir sind es, die Entei. Das ist ja eine ganz interessante Symbolik, die sie da in dem Gedicht verarbeitet. Der Mensch als Reisender und ständig in Bewegung und nur so lange unterwegs, wie ihm zugemessen ist. Wie heißt das da drin, nicht wahr? Ja, es ist ja auch die Zeitform von Tempo und die Eisenbahnfahren und die Rollen. Es ist immer noch diese Aufbruchsstimmung und dieses alles und genau dieses Tempo, was wir heute doppelt und dreifach und vierfach so schnell empfinden. Ja, aber damals in den 20ern, da waren die Leute ja total aufgeregt über die ganzen neuen Empfindungen, Transportmittel, Elektrizität, Telefon, was weiß ich, was alles da noch ganz frisch war. Ja, also mir geht es aber genauso, wenn ich im Zug sitze, dann kann ich irgendwie alles, das ist eine andere Zeit, wenn ich im Zug sitze, weil ich kann nicht mehr zu Hause an meinem Bürostil sitzen oder sonst irgendwas. Dann fange ich immer an, Poesie zu schreiben oder Tagebuch zu schreiben, weil irgendwie ist das ein, eine andere, wie ein anderer Zeitraum empfinden und wo man alles auch, viele Dinge zurücklassen kann und nun plötzlich im Kopf und im Herzen so neue Gedanken entstehen können und Erinnerungen auftauchen. Ich finde das immer eine sehr, für mich ist das immer eine sehr poetische Zeit, wenn ich Zug fahre. Ich würde jetzt gerne mal einmal auf die Wirkung Ihres Werks zu sprechen kommen. Also der Literaturkritiker, Gott hab ihn selig, leider ist er ja nicht mehr unter uns, Marcel Reich-Ranitzki, hat sich natürlich auch mit Mascha Kaliko beschäftigt. Und unter anderem hat er über Sie geschrieben, Ihr Werk macht es den Kritikern, die Sie ernst nehmen, schwer und den Lesern immer leicht. Was hat er damit wohl gemeint? Was meinst du? Ja, vielleicht ist es eine Selbstkritik auch, meine ich. Er als, sag ich mal, als intellektueller Gebildeter oder das muss natürlich auch immer einen intellektuellen Ansatz finden und das ist ja auch mit Sinn der Sache. Aber als er als Mensch findet man noch zu den Gedichten einen viel direkteren Zugang. Und das sind einfach Gedichte, die wollen den direkten Zugang. Die lassen alles andere weg und ja. Kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten hatten mit Kritikern und nicht so viele mit dem Publikum? Also dass die Kritiker es vielleicht nicht so als intellektuelle Leistung anerkannt haben? Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? Ja, so kann man es interpretieren. Es war ja auch nicht so einfach als Frau. Als Künstlerin war ja nach wie vor etwas noch Ungewohntes in dieser Zeit. Und sie war zu einer der Ersten, obwohl sie vom Niveau her oder von dem Können oder von dem, was sie an Gedichten geschrieben haben, sehr dem Kästner und Tucholsky und vielleicht auch noch anderen Ringeln, als ähnlich war, war sie aber immer eine Schattenfigur von denen. Das war damals so. Und erst heute taucht sie wieder auf. Und wenn man mit manchen spricht, sagt man, Mascha Calico, Mascha Calico. Ich finde ihre Gedichte auch so etwas wie zeitlos. Ein Großteil, für mich ist es Großstadtlyrik auch sehr viel. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du sie auch entdeckt hast und dass ich hier so einiges von ihr heute präsentieren kann. Aber auf jeden Fall, egal, ob ihr intelligent oder intellektuell oder nicht intellektuell, Kritiker oder nicht, sie ist direkt. Sie ist direkt. Genau. Also sie war ja eine Frau ihrer Zeit. Ganz modern, ganz selbstständig und hat getan, was sie wollte, wie wir eben gehört haben, ja auch gegen den Willen des Vaters. Hat sie sich eben weitergebildet und hat also ihr Leben geführt, wie sie das wollte. Aber was war denn mit der Liebe zum Beispiel? Also sie hat ja auch sehr schöne und gefühlvolle Liebesgedichte geschrieben. So ganz viel Glück hatte sie in der Liebe wohl nicht. Oder so ganz zufrieden war sie da wohl nicht. Naja, der Aspekt der Trauer oder der Unzufriedenheit einer Liebe ist ja immer ein Aspekt, den wir alle durchleben. Und oft sind es natürlich auch manchmal die Schattenseiten, die einen auch inspirieren, Gedichte zu schreiben, um letztendlich vielleicht wieder zu seiner eigenen Liebe zurückzufinden. Weil man merkt, es geht eigentlich immer um die eigene Liebe zu sich selbst. Und wenn du die in dir gefunden hast, mit dem entsprechenden Humor auch über sich selbst lachen zu können, kannst du auch wirklich die Liebe von anderen überhaupt annehmen oder erkennen. So würde ich das heute mal, würde ich das heute so bezeichnen, ja. Und ich bin sehr, sie hat es ausgesprochen und ich glaube, dass sie alles, was die Liebe uns schenken kann, erlebt hat. Bestimmt von Traurig und Einsamkeit und bis zu euphorischem Glück, dass man glaubt, man ist im siebten Himmel oder das Paradies auf Erden. Sie hat es ausgesprochen, hast du gerade gesagt. Dann bitte lass uns hören, was sie ausgesprochen hat. Ein schönes Liebesgedicht von Mascha Kalleko, bitte. Das ist jetzt dieses neue Gedicht, Zärtliche Epistel, ja? Zärtliche Epistel, genau. Der blaue Himmel ist nur halb so blau, weil du nicht da bist, Liebste. Deine Nähe macht, dass ich alles Schöne schöner sehe. Ich bin doch eine unmoderne Frau. Ich liebe dich trotz Ehering und Sorgen. Und Heimat ist nur, wo mit dir ich bin. Fühl ich mich doch noch heimlich Königin, auch wenn uns Wirt und Bäcker nicht mehr borgen. Musik ist, wo du bist. Dein Stirb und Werde. Ja, selbst der Kummer trägt ein schönes Kleid. Viel lieber noch ist mir der Träumerleid, als sattes Glück der wohlversorgten Herde. Der Wald hier, mein Lieb, ist ein richtiger Wald. Die Bäume, die Bäume, sie rauschen. Und Le Lac ist ein See, ein richtiger See. Und die steigenden Hügel sind kein Traum. Oh, wie gut ist's mir, dem Schweigen zu lauschen und dem Vogelgezwitschern baum. Du wirst bestimmt zum Wochenende kommen. Gesegnet sei das gute Telefon. Es gibt hier Rehe. Unser kleiner Sohn und meine Sehnsucht haben zugenommen. Kein Wiedersehen ohne Abschiedsschmerz. Das gilt noch immer. Aber Liebesherz. Man muss sich nicht so schrecklich weit entfernen, um diese alte Weisheit neu zu lernen. Sehr schön, vielen Dank. Also es hört sich für mich an, dass sie da nicht in Berlin ist, sondern irgendwo im Gebirge, vielleicht in Zürich, was sie sagt, Le Lac oder in Genf. Ja, das kann durchaus sein, dass sie tatsächlich mal einfach ihre Sachen genommen hat und verreist. Lohnes aus der Großstadt, ja, ja, ja. Also was ich da toll finde, ich meine, ist diese, dass sie sich das bewahrt hat, nicht wahr? Trotz des Alltags, der ja durchaus darin gestreift wird in dem Text, sich diese romantischen Gefühle zu bewahren und vielleicht gerade in dieser außergroßstädtischen Situation dann auch mal wieder zu erwecken. Ja, ich finde es ganz schön, diese Formulierung, wie gesagt, das ist ein richtiger Wald. Das ist ein richtiger Baum, nicht nur wie auf einer Postkarte oder im Film, sondern, du, der Berg ist echt. Ich würde gerne noch auf Ihren größten und bekanntesten Erfolg das lyrische Stenogrammheft zu sprechen kommen. Lyrik, da stellt sich ja jeder was wunderbar Romantisches und Zauberhaftes darunter vor. Und sie kombiniert diesen romantisch besetzten Begriff Lyrik mit einem ganz profanen Büromittel, Stenogrammheft. Ja. Da sitzt die Sekretärin und schreibt Stenogramm, was der Chef ihr diktiert. Das ist doch ein Stilmittel, ist das ganz typisch für Sie, oder? Oder war das Mode damals, solche Kontraste zu bilden? Vielleicht war es auch ein bisschen Mode oder man hat es entdeckt, aber es war auch, es ist auch ein bisschen sozusagen die Poesie. In unserer moderne Zeit ist ja so, denkt man so, die Poesie, wo ist denn die Poesie, die ist weg. Oder muss man dann erst in die Natur fahren, um sie wieder zu entdecken oder die alten Romantiker rausholen. Nein, es geht eigentlich darum, sie wieder im Alltag zu entdecken und ganz bewusst. Man kennt das ja auch so, wie gerne man so gerne abschweift von dem, was man es tut. Aber dieses Abschweifen ist auch etwas sehr Gesundes für unsere Seele, weil sie baut unsere Seele auf, sie erfrischt uns, sie erfrischt auch unsere Gedanken. Und unsere Lebenskraft, Poesie ist Medizin, Poesie ist Nahrung. Und deswegen diesen Vergleich, so, ja, das Arbeit ist wichtig und gut und wunderbar und ich mache das auch gerne und richtig und pünktlich und das alles. Aber es gibt auch noch diese andere Seite. Und beide Schwestern sind ein gutes Team. Meinst du, das war vielleicht auch eine Art, diesen Auftragsarbeiten etwas entgegenzusetzen? Wir haben ja eben gehört, dass oftmals im Kabarett und überhaupt für ihre Bühnentexte, dass da wohl auch ein bisschen Druck dahinter stand. Er muss schnell, schnell, schnell fertig werden, damit die Premiere rauskommen kann und so weiter. Das ist ja für einen Schriftsteller oder Autor auch eine ganz schöne Belastung, ne? Ja, es ist eine Belastung, aber ich glaube, die genialen Momente, die entstehen immer, oder überhaupt Kreativität, es entsteht immer, ich sage es immer so, zwischen Tür und Angel. Man muss die Kreativität eigentlich auch loslassen, damit sie dir überhaupt wieder begegnen kann und damit sie dich inspirieren kann. Das ist etwas, was nicht unbedingt nach Plan, jetzt bin ich kreativ oder so etwas, sondern, okay, ich habe die Aufgabe, aber da muss ich die Aufgabe auch wieder loslassen, damit ich die Aufgabe erfüllen kann. Es ist ein komischer Widerspruch, aber ich glaube, das ist Leben. Leben ist voller Widerspruch. Und so entsteht Lebendigkeit und Kreativität. Sie hat, meinst du, dass sie ihre Inspiration quasi aus allem gezogen hat, was sie umgeben hat? Ja, ich glaube, das ist ihre große, große Kunst. Oder das ist vielleicht auch ihre große Botschaft. Ihre Botschaft auch heute noch. Sie wirklich zu entdecken, die Schönheit im Augenblick und egal, wo du bist, wo es ist. Und auch diese Kraft zum Humor zu haben, über sich selbst lachen zu können, das sind also Dinge, die sie uns geschenkt hat mit ihren Gedichten. Und deswegen sind sie so über ihre Zeit hinaus für uns heute auch noch so erfüllt. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, mit dem man auf jeden Fall noch weiter stöbern kann im Werk von Mascha Kalikow. Ich möchte noch eine Kostprobe hier zu Gehör bringen zum Abschluss. Das ist noch ein Gedicht von ihr. Und da ist dieser leicht melancholische Ton und gleichzeitig lakonische Ton ist drin und auch eine Menge Metaphern. Da geht es um einen alten Verehrer und das Gedicht heißt Ein Postskriptum. Von meinem alten Anwalt kam ein Brief. Er schreibt wie immer. Sachlich, fachlich, ihr Ergebener. Da übersah ich beinahe das Postskriptum. Nun, da mein Leben sich dem Abend zuneigt und jenes dunklen Engels Flügelschlagen schon manche Nacht den Herzschlag übertönt, will ich, Verehrteste, es einmal sagen, ich habe 30 Jahre sie geliebt. Nun liegt ein Weltmeer zwischen mir und ihnen. Und immer warte ich, dass noch ein Brief, kein Liebesbrief und doch ein Schmetterling in mein mit Akten tapeziertes Leben flattert. Ja, wie schön. Das eigentliche Leben ist zwischen den Zeilen. Wunderschön. Traumhaft, ja. Ja, also auch ihr Anwalt war in dieser alten Liebe, in dieser jahrelangen Liebe etwas melancholisch geworden. Und so leise, melancholisch verabschieden wir uns jetzt auch von der Dichterin Mascha Kaleko. 100 Jahre jung, so möchte ich sagen. Da sind wir uns sehr einig, sie war und ist alles andere als altmodisch. Und sie ist auch nicht, Gott sei Dank, nicht vergessen. Und für dieses schöne Gespräch und diese Anregungen und Informationen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Viola Libera. Es war schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Danke, Cornelia. Es war mir eine große Ehre und Freude. Sehr. Liebe Zuschauer, diese Folge des Literaturcocktails mit mir, Cornelia Kirwald, und diesmal auch mit Viola Libera, geht zu Ende. Es war die hundertste Sendung seit meinen Anfängen bei TIDE TV im Jahre 2008. Und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, vielmals, dass Sie meiner Sendung all die Jahre treu geblieben sind. Das Gespräch im Literaturcocktail wird fortgesetzt und Sie können live dabei sein. Schreiben Sie mir unter literaturcocktail at tidenet.de. Empfehlen Sie mir ein Lieblingsbuch und stellen Sie es mir und den Zuschauern von TIDE TV vor. Ich freue mich auf Sie. Und für heute schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal im Literaturcocktail auf TIDE TV. Untertitelung des ZDF, 2020